Schützen Sie Ihr Unternehmen vor Angriffen, bei denen Schwachstellen mit per E-Mail übertragenen Exploits ausgenutzt werden sollen. Auch schädliche ausführbare Dateien, Trojaner, werden abgefangen. Die E-Mail-Exploit-Engine von GFI ist das Ergebnis intensiver Forschungsarbeit. Sie erkennt Angriffe, bei denen versucht wird, via E-Mail durch Sicherheitslücken in Systeme einzudringen, im Gegensatz zu Schutzlösungen, deren Ziel die Abwehr von dateibasierten oder mehr über N-Punkte gestarteten Angriffen ist. Der Scanner für Trojaner und ausführbare Dateien erkennt unbekannte schädliche Exe-Dateien, indem er überprüft, welche Auswirkungen der Aufruf einer ausführbaren Datei hat. Ein Trojaner ist Software, die Anwendern nur vordergründig nützliche Funktionen bietet. Ihre eigentliche verborgene Aufgabe ist es, schädliche Aktionen durchzuführen. Dazu gehört beispielsweise, Angreifern uneingeschränkten Zugriff auf Daten eines Computers zu verschaffen. Der Scanner für Trojaner und ausführbare Dateien bestimmt den Gefährdungsgrad einer Exe-Datei, indem bei der Analyse ermittelte Anweisungen mit einer Datenbank bekannter schädlicher Aktionen verglichen werden. Sämtliche Dateien, von denen verdächtige Aktionen ausgehen, zum Beispiel neue Netzwerkverbindungen oder Zugriffe auf Adressbücher, werden vom Scanner unter Quarantäne gestellt.